Mitten aus Berlin, aus den Studios am Zoo, das Berlin-Quiz mit Harald Pignatelli. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Einschalten, vielen Dank hier im Studio für den schönen Applaus. In der letzten Sendung wusste er, dass Hans Eisler die DDR-Nationalhymne komponierte. Und jetzt ist er wieder mit dabei. Das war die sechste Frage. Heute ist er bei der siebten Frage und steigt wieder ein. Herzlich willkommen, Herr Gutsch. Herr Gutsch, Sie haben ja in der letzten Sendung, das erwähnt dich ja bereits, die sechste Frage richtig beantwortet. Wir schauen auf Ihr Konto. Sie haben sich bis jetzt 500 Euro erspielt. Wenn Sie weiterhin jede Frage richtig beantworten, immer wieder einen Schritt weiter nach oben. Wenn Sie zwischendrin, das ist auch die tolle Sache bei Ihnen, Sie haben Ihre Joker noch. Wenn Sie zwischendrin nicht Bescheid wissen, können Sie die Joker noch einsetzen. Und vielleicht klappt es ja. Wir gucken mal. Dazu müssen wir natürlich wieder losfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Berlin-Quiz ist das so, bleibt auch so und wir fahren los. Mit der U6 nach Alt-Tempelhof. Auf dem ehemaligen Tempelhofer Feld baute das ZDF 1963 seine Produktionsaußenstelle Berlin auf. In welchem Berliner Studio wurde die ZDF-Hitparade jahrzehntelang produziert? In den CCC Atelier, im Mai Atelier, im Studio Babelsberg oder in den Union Film Studios? Die Union Film Studios, Nummer vier. Die vier? Ja. Sind Sie mal dabei gewesen, dass Sie jetzt so schnell auf die Union Film Studios gehen? Im Mai Atelier ist mir nicht bekannt. Babelsberg war damals DDR und CCC Studios. Da werden glaube ich keine Sendung aufgezeichnet lassen. Reines Film Studios. In den Jungen Film Studios. Vertrauen ganz auf sich selbst. Die Joker lassen Sie noch in der Garage? Siebte Frage. Wenn Sie die richtig beantworten, könnten Sie mit der Air Berlin gen Süden fliegen? Nein, bleibt bei Nummer vier. Die vier. Keine Joker, die Nummer vier. Angenommen. Die Nibelung und der Otto Film, die wurden in den CCC Ateliers von Arthur Brauner gedreht. Und nicht die Hitparade. Das Mai Atelier, das Studio in Weißensee, wurde 1919 gegründet. Hat demnach auch nichts mit der Hitparade zu tun. Studio Babelsberg auch nicht. Allein von der Location her. Union Film Studio, richtig! Auch in dieser Sendung schon mal die erste Hürde ohne Hilfe der Joker genommen. Im Studio 1 der Berliner Union Film in Tempelhof lief am 18.1.1969 die erste Sendung. Das war also Dieter Thomas Heck bei der ZDF Hitparade. Und wir schauen mal ganz schnell auf Ihr Konto, damit wir auch wissen, wo wir stehen. Denn jetzt haben Sie, glaube ich, den Air Berlin Flug schon mal sicher. Richtig, der Air Berlin Flug ist Ihnen sicher. Und wir fahren weiter zur achten Station für Sie. Nach Mitte zum Potsdamer Platz. Der Kameranmann Michael Ballhaus unterrichtet hier an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Für welchen Regisseur stand der Berliner Michael Ballhaus bei 15 Filmen hinter der Kamera? Für Rainer Werner Fassbinder, Wolfgang Petersen, Volker Schlöndorf oder Vin Wenders? Weiß ich nicht. In der Schule weiß ich nicht. Keine Ahnung. Können auch niemand ausschließen? Für welchen Regisseur stand der Berliner Michael Ballhaus hinter der Kamera? 15 Mal. Gibt es jemand bei den Jokern? Da muss ich meinen Jokern bemühen. Können Sie sich vorstellen, dass da jemand ist, der Bescheid weiß? Ich hoffe. Ich hoffe. Dann stellen Sie sie uns bitte vor. Ich habe drei Jokerinnen. Sehen wir schon. Drei Damen. Die grüne Jokerin ist meine Schwester, Angelika Klotz. In der Mitte sitzt meine Frau, Christiane. Und rechts Christel Bittner, eine gute Freundin. Ihr Applaus. Haben Sie schon eine Idee? Ja, dann sind wir uns einig, dass es der Petersen war. Wolfgang Petersen? Ja. Okay. Sie schließen sich an? Muss ich. Wer von Ihnen hat die Entscheidung getroffen oder war das einstimmig? Beides war einseitig, aber sehr bewusst. Bewusst und einseitig. Sie schließen sich an. Ja. Letztes Wort. Ja. Ich weiß es nicht besser. Die Nummer zwei. Nehme ich an. Gut. Die Blechtrommel von Volker Schlöndorf. Nichts mit Michael Ballhaus zu tun. Paris, Texas. Buena Vista Social Club. Wim Wenders. Nach ihm fragte ich nicht. Was kommt jetzt? Ich fragte allerdings auch nicht nach Wolfgang Petersen. Es sollte Rainer Werner Fassbinder sein. Ja gut. Ballhaus führte die Kamera unter anderem bei folgenden Filmen. Martha 1973, Bollwieser 1976 oder die Ehe der Maria Braun 1978 mit Hanna Schigola und Klaus Löwitsch. Wir schauen da mal rein. Gut. Die Zusammenarbeit von Fassbinder und Ballhaus ging über acht Jahre. Fassbinder hat mich schon sehr beeinflusst. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Wir haben zusammen, glaube ich, gelernt. Und wir haben zusammen, glaube ich, auch einen ganz schönen neuen Stil entwickelt. Bei den Dreharbeiten für die Ehe der Maria Braun stand Ballhaus 1978 das letzte Mal für Fassbinder hinter der Kamera. Herr Kutsch, Sie haben eine ganze Menge gewonnen. Wir schauen auf Ihr Konto. Den Air-Berlin-Flug für zwei Personen in die Sonne. Fast doch bestens der Jahreszeit. Das ist Ihr Bublund, das Berlin-Flug. Vielen Dank. War klasse. Ja, Herr Kutsch sitzt vielleicht morgen schon mit seiner Frau im Flieger nach Gran Canaria oder Mallorca. Das können Sie auch. Bewerben Sie sich unter der Kandidaten-Hotline 080 5 640 640. Und noch einen Tipp von mir. Üben Sie vorher im Internet unter www.berlinquiz.tv. Ja, und hier sind Sie, die vier Kandidaten, die sich jetzt meinen Fragen stellen. Herzlich willkommen, René Zander aus Lichtenberg. Hallo. Aus Berlin-Reineckendorf, Trista Lompe. Aus dem Friedrichshain, Dirk Lagal. Und aus Marzahn, Steffi Hiller. Sie wissen, was jetzt kommt? Die Schätzfrage. Wie viel gab der Berliner 2001 im Schnitt wöchentlich für Lottoprodukte aus? Zehn Sekunden laufen jetzt. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Ihre Ergebnisse stehen fest. Einfach die Monitore drehen. Es waren ganz genau 2,08 Euro. Frau Hiller mit zehn Euro. Liegen Sie am nächsten Rand. Und Sie kommen ja auch nicht alleine. Vielen Dank. Vielen Dank. Hätten Sie das gedacht? Ach, ich war so aufgeregt. Ich hätte es nicht gedacht. Fanden Sie zu zweit aufgeregt? Ich habe an mich gedacht, wie ich Lotto spiele. Aber ich spiele viel weniger. Frau Hiller. Ja. Sie haben es ja eben mitgekriegt. Die Spielregeln sind erklärt. Sie haben die Möglichkeit, gleich 10.000 Euro zu gewinnen. Kann man viel Lottoscheine mit ausfüllen. Kann man aber auch was ganz anderes mitmachen. Was würden Sie mit 10.000 Euro so? Ich würde sparen. Sparen? Ja. Worauf? Einfach so, dass man ein bisschen Rückenhalt hat. Wenn es mal knapp wird. Wenn es mal knapp wird? Ja. Und nicht irgendwie einen kleinen Wunsch erfüllen? Ja doch, ich würde mir eine schöne Garderobe kaufen. Und dann mit meinen Freunden und mit meinen Eltern essen gehen. Na dann drücke ich mal ganz fest die Daumen. Das geht ja auch schon mit 250 Euro. Da würde ich mich auch schon freuen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Die erste Station für Sie, Frau Hiller. Und mit der S5 zur Messe Süd. Hier geht es zum Messegelände. Meine Frage? Wie heißt die jährliche Ausstellung für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau? Rote Woche, blaue Woche, grüne Woche, weiße Woche? Die Nummer 3 grüne Woche. Die grüne Woche. Angenommen. Sie findet 2003 zum 68. Mal statt. Und das Gründungsjahr war 1926. Die grüne Woche. Sie können Ihnen auch, dem Bärchen können Sie auch einen präsenteren Platz geben. Ja, ich setze ihn hier hin. Wohin Sie auch möchten. Genau. Der ist auch sehr aufgeregt. Dann hat er auch was von. Spüren Sie das? Schlägt sein Herz? Ja, der ist ganz schön zittrig. Wir machen weiter, damit wir alle so ein bisschen beruhigen. Die zweite Station für Sie. Ja. Wir kommen von der Messe nicht weg. Messe Nord, Nähe des ICC. Die Haltestelle der S-Bahn ist direkt neben der Stadtautobahn. Wie heißt die ehemalige Rennstrecke auf der Stadtautobahn? Avis, Avus, Alex oder Anis? Die Nummer 2, Avus. Die Nummer 2? Ja. Angenommen. Allgemeine Verkehrs- und Übungsstraße 1998 findet auf der Avus das letzte Rennen statt. Avus. Klar, dass wir das auch im Bild festgehalten haben. 1921 holten auf der Avus zum ersten Mal die Motoren. Erstes Rennen, der Sieger Fritz von Opel. Der fand die Strecke für Testzwecke höchst geeignet. Er probte hier einen Raketenantrieb. 1937 wird die legendäre Steilkurve eingeweiht. Neigungswinkel 43,6 Grad. 1967 dann der Abriss der Nordkurve. Die Unfallgefahr war zu hoch. Ja und in dem Tempo machen wir natürlich weiter. Wir setzen uns wieder in die Bahn, fahren los und gucken mal, wo wir ankommen. Wir bleiben immer noch in der Ecke. Wannsee, Zehlendorf. Hier war der berühmte Grenzübergang Checkpoint Bravo zur Zeit der DDR. Was durfte zwischen 1964 und 1989 nicht aus der DDR ausgeführt werden? Wurstwaren, Kaffee, Bücher oder DDR-Mark? Jetzt schwank ich ein bisschen zwischen Wurstwaren und DDR-Mark. Aber ich nehme an, DDR-Mark. Was gab's denn? DDR-Mark nehme ich an. Wurstwaren gab es doch bestimmt auch. Ja. Mensch, jetzt muss ich vielleicht schon meine Zucker schon nehmen, ja. Ach nein. Gucken Sie noch mal drüber. Kaffee auf alle Fälle nicht. Bücher konnten mitgenommen werden. DDR-Mark oder Wurstwaren. Was gab's denn im Überfluss? DDR-Mark. Also ich nehme an, DDR-Mark Wurstwaren. Man konnte doch Thüringer Leberwurst mitnehmen, ja. Ich sag DDR-Mark. DDR-Mark. Ja. Letztes Wort, ne? Letztes Wort. Dann nehme ich das an. Halleluja. Das stimmt. Oh, das ist ja ganz klar. Und ganz korrekt sprach man von der Mark der DDR. Nicht verbrauchte DDR-Mark aus dem Zwangsumtausch mussten Westler auf ein DDR-Konto einzahlen und konnten es beim nächsten Besuch wieder abholen. Ja. So war das. Wir gucken mal, wie viel Euro schon mal da sind. Oder was sie gewonnen haben, denn Euro sind es glaube ich noch nicht bei der dritten. Nö. Da ist es eine BVG-Top-Tour. Ja. Da könnten Sie jetzt eine Sightseeing-Tour machen. Wir fahren weiter und düsen zur vierten Station. Ja. Mit der U6 zur Zinnowitzer Straße. Hier ist das Museum für Naturkunde. Welches Tier bildet die Attraktion im Museum für Naturkunde? Ein Wal, ein Saurier, eine Giraffe oder ein Elefant? Die Saurier. Ja? Ja. 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 Ganz klar. Ja. Dann nehme ich das an. Na? Teddybären sind's nicht. Nee. Stand ja auch nicht zur Auswahl. Diese auch ja. Ach. Das Skelett vom Brachiosaurus Brancai ist das größte in einem Museum aufgestellte Saurier-Skelett weltweit. Höhe 11,72 Meter und die Länge 22,25 Meter. Ach toll. Das war die vierte Frage. Ja. Die fünfte stelle ich an der fünften Station. Im Kleistpark steigen wir diesmal auf. In der Potsdamer Straße ist der Hauptsitz der BVG. Die U-Bahn feiert dieses Jahr ihr hundertstes Jubiläum. Meine Frage. Welches Jubiläum feiert Lotto Berlin im Jahr 2003? Die eintausendste Ziehung, den einhundertsten Lottomillionär, 50 Jahre Lotto oder die einhunderttausendste Wette? Also mein Bauch sagt 50 Jahre Lotto. Aber ich weiß es nicht genau. Ich würde meine Zucker nehmen, ja. Ich weiß es nicht. Sie sind kein emotionaler Mensch in der Hinsicht, dass Sie sagen, da vertraue ich auf den Bauch und gehe durch. Ich habe Angst. Vor mir? Nein. Dann wären Sie aber die Erste. Nein, vor Ihnen habe ich keine Angst. Also 50 Jahre, tausendste Ziehung, das ist zu wenig, ja. Das stimmt erstmal nicht. Hundertsten Lottomillionär, das würde man auch nicht unbedingt feiern, ja. Und die hundertste Wette. Hunderttausendste Wette. Hunderttausendste Wette. Das ist auch unwahrscheinlich, dass man... Mit den Jahren feiert man ja immer. mit den Lotto-Jahren. Ich gehe das Risiko ein. Und? Wenn, bin ich ja draußen, ja. Wenn Sie jetzt falsch antworten, sind Sie draußen. Ja. Wenn Sie richtig antworten, haben Sie die Joker noch und sind drin. Ja. Mit der Zeit wird es ja so hingehen nach dem Krieg. Und wir sind ja schon ein bisschen weiter drüber mit 50 Jahren, dass man dann schon wieder Lotto gespielt hat nach dem Aufbau. Welches Jubiläum feiert Lotto Berlin im Jahr 2003? Frau Hüller, Bauch oder Joker? Bauch. Letztes Wort? Ja. Die drei? Ja. Angenommen. Weil ich Sie aber verführt. Weil ich Sie jetzt zum Guten verführt oder zum Schlechten? Zum Guten. Sie glauben ans Gute im Menschen. Ja. Und Sie haben recht. Die 50 Jahre Lotto. Sie haben ja auch alles andere ganz klasse ausgeschlossen. Ja, das war ja ein bisschen... Der hundertste Lottomillionär, da wollten Sie nicht so richtig ran und hunderttausendste Wette wäre ja auch wenig gewesen. Denn allein bei der ersten Ziehung 1953 wurden schon 300.000 Tipps abgegeben. Am 11. Januar 1953 wurden zum ersten Mal in der Berliner Lottozentrale die Gewinnzahlen gezogen. Gespielt wurde 5 aus 90. Zuvor waren 300.000 Wetten abgeschlossen worden. Die fünfte Frage richtig beantwortet. Haben Sie ein Hobby? Ja, Seidenmalerei. Sie bemalen die Seiden selber? Ja, Bilder. Bilder angefangen habe ich mit Krawatten und Tücher. Seit 92, da bin ich einige Jahre an die Volkshochschule gegangen in Marzahn und habe das gelernt. Und dann habe ich viele, viele Stunden zu Hause gemalt. Bis ich es geschafft habe, auch eine Ausstellung in Marzahn zu absolvieren. Und dann noch habe ich vier Arztpraxen, wo ich Bilder ausstelle, wechselnde Ausstelle mache. Orientieren Sie sich da an bestimmten Künstlern? Also ich habe einen Künstler, den ich sehr verehre, den Hundertwasser. Mit dem bin ich auch in Kontakt getreten. Und zwar hatte ich mal die Vision und ich wollte unbedingt, dass Berlin im Bundeshaus kriegt ein Hundertwasserhaus. Und dann habe ich mich mit dem Bürgermeister in Pankow getroffen und mit dem Bürgermeister in Prenzlauer Berg, Bürgermeister Herr Kretzer. Und da hat er auch geschrieben und er war auch bereit. Aber es ist leider noch nichts geworden. Nichts Haus geworden. Ich habe keinen Kontakt mehr. Also wie es nun weitergeht. Aber vielleicht hört das jetzt jemand und denkt, oh ja Berlin braucht ein Hundertwasserhaus. Wir haben an den Themenpark gedacht, dass ein Hundertwasserhaus gebaut wird. Und der kleine Themenpark ummandelt. Holst du zwischendurch mal Luft? Ja. Und der Themenpark ummandelt mit diesen bunten Fenstern und Bäumen auf dem Dach und sowas. Na vielleicht wird Ihr Traum ja noch wahr. Ja, vielleicht. Und vielleicht wird auch der Traum von den 10.000 Euro wahr. Dazu müssen wir aber jetzt weiterfahren. Also das wäre ja nicht zu fassen, ja. Doch, das wäre zu fassen. Ja. 10.000 Euro sind so viel dann doch nicht. So viel habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt, ja. Wir fahren weiter zu Ihrer sechsten Station. Mit der U6 zum Halleschen Tor in Kreuzberg. In der Gitschiner Straße befindet sich die Informationsvermittlungsstelle des Europäischen Patentamtes. Die Informationsvermittlungsstelle des Europäischen Patentamtes. Welche Erfindung verdanken die Berliner Johann Kassel? Kassiber, Spielcasino, Kassler Kotelett oder Kassis? Kassiber, weiß ich gar nicht, was das ist. Spielcasino, entweder Spielcasino oder Kassler Kotelett. Also jetzt gehe ich kein Risiko ein. Ich würde gerne meine Zucker nehmen. Das dürfen Sie? Ja. Wer ist mit dabei? Also rechts außen ist ein Freund von mir, Dirk Stölzer. In der Mitte ist mein Cousin Carsten Hiller. Und links außen sein Kollege Dietmar Rubschus. Herzlich Willkommen. Können Sie Frau Hiller helfen? Soll ich Ihnen die Frage nochmal vorlesen? Nein, wir haben es verstanden. Also wir glauben, dass es Kassler war. Ja, an das dachte ich auch. Also mein Bauch hätte wieder gesagt Kassler. Nehmen wir das. Versuchen wir es. Wir versuchen mit Kassler? Ja. Ja. Vierstimmig einstimmig machen wir. Ja. Nehme ich an. Französischer Johannesbeerlikör Kassis. Ja. Nichts damit zu tun. Kommt ganz von woanders her. Auch das Spielcasino hat er nicht erfunden. Und Kassiber, es kommt aus dem Hebräischen und ist eine heimliche schriftliche Mitteilung. Wir verdanken Herrn Johan Kassel das Kassler Kotelett. Vielen Dank. Ach das ging ja gut. Das ging gut. Ja. Das ging gut. Gemeinsam geht es besser. Der Fleischermeister Kassel erfand Ende des 19. Jahrhunderts das berühmte Kassler, in dem er eines Tages ein Stück Schweinerücken erst pökelte und anschließend heucherte. So einfach ist das. Und ist zum Erfinder geworden. Jetzt schauen wir mal auf Ihr Konto. Ja. Macht doch Spaß. 500 Euro. 500 Euro gehören Ihnen. Und wir fahren weiter zur siebten Station. Glückszahl. Ja. Und am Neulendorfplatz steigen wir diesmal aus. 1925 wohnte in der Motzstraße 7 Else Lasker-Schüler. Welchen Spitznamen gab sich die Berliner Dichterin Else Lasker-Schüler? Blauer Reiter, Königin von Saber, Preußischer Schwan oder Prinz von Theben? Also die blauen Reiter sind es nicht. Das sind die Malermacke und so weiter. Königin von Saber, eventuell, ich kenne sie nicht, muss ehrlich gesagt, die Dichterin habe ich noch nicht gehört, ja. Aber ich würde sagen zu Preußen und Berlin, also Preußischer Schwan würde ich sagen, würde meinen Bauch wieder sagen, ja. Haben noch nie was von ihr gehört? Ne, ich rate jetzt mal Preußischer Schwan, würde mich schon sehr über 500 Euro vor. Oder Königin von Saber, aber was will sie denn da in Berlin Königin von Saber? Preußischer Schwan oder Königin von Saber? Oder blauer Reiter oder Prinz von Theben? Ja, Prinz von Theben, eine Dichterin, ein Prinz, dann müsste sie ja Prinzessin sein. Na? Ich sag Preußischer Schwan. Letztes Wort? Ja. Preußischer Schwan? Ja. Soll ich es annehmen? Ja. Gut. Die blauen Reiter, die Münchner Gruppe, haben sie ausgeschlossen? Ja. Sehr gut. Die Königin von Saber, da wollten sie sich nicht einlassen, ne? Ne. Auch gut. Prinz von Theben. Prinz von Theben, ne? Ja. Der Prinz von Theben. Ja. Sie behauptete von sich, zwar in Wuppertal zur Welt gekommen zu sein, doch in Ägypten geboren. Als Yusuf Prinz von Theben herrschte sie über ihr selbst erschaffenes Königreich. Das bedeutet für sie, wenn wir auf ihr Konto schauen. Sie nehmen 500 Euro mit nach Hause und natürlich das Berlin-Testbuch. Vielen Dank. Sie waren eine hinreißende Kandidatin. Vielen Dank, ja. Hat ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ihnen beiden. Danke. Danke Ihnen. Sie können natürlich die Stimmung hier im Studio auch einmal miterleben. Rufen Sie uns an unter der Berliner Nummer 030 für Berlin 430 322 50 und schon sind Sie mit dabei. Drei Kandidaten, die hier noch warten mitzuspielen. Für Sie habe ich die zweite Schätzfrage. Wie viele Wurst- und Schinkensorten kann man im KDW kaufen? Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Ihre Entscheidungen sind gefallen. Frau Lompe? Ja. Es waren 1.000 oder sind 1.200. Und damit ist Herr Zander mit den 300 am nächsten dran. Die Spielregeln kennen Sie? Ja. Wissen wie es funktioniert? Haben Sie sich gut vorbereitet? Oder eher gesagt, ach. Na ja, sagen wir mal so, 40 Jahre wohne ich in der Stadt. Ich denke, das ist Vorbereitung genug. Und Sie kommen ja auch viel rum. Ja doch. Ihr Job? Ja, ich mache eine mobile Diskothek. Also bin hauptsächlich bei Familienfeiern und so unterwegs. Hochzeiten, Jugendwein, Konfirmation und ähnliche Sachen. Und da kann man Sie buchen? Und Sie kommen mit dem ganzen Equipment einstellend auf? Die Musik, die man jetzt erfahrt? Na, alles passt. Ich meine, das ist natürlich ein Unterschied. Ne, ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich den 18. Geburtstag mache oder den 90. Ich hatte auch schon mal eine Diamantenhochzeit. Da ist ein Safri-Duo nicht so angesagt. Also da muss man schon ein bisschen abwägen. Und gibt es da irgendwie was aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo Sie sagen, das war richtig schräg? Ja, kann mich entsinnen. Das war vor zwei Jahren in Kreuzberg in einer Tabor-Kirche, glaube ich. Also das war schon witzig in der Kirche, überhaupt ein 60. Geburtstag. Und die hat einen Stripper bestellt, der kam als Flamenco-Tänzer. Und hat dann das Geburtstagskind, das war eine Dame, auf den Arm genommen. Hat sich mit ihr so bestimmt zehnmal gedreht. Der 60-Jährige. Der 60-Jährige. Und dann hat er so abgestellt. Und dann kann man sich, wie so ein Brummkreisel ist sie dann ins Buffet gefallen. Das war nicht geplant. Es war so, dass man jetzt im Augenblick nicht wusste, ob man jetzt betroffen sein sollte oder lachen sollte. Weil es war wirklich kurios. Aber es ist nichts passiert, außer dass ein paar Teller zu Bruche gegangen sind. Und die Feier konnte dann auch weitergehen. Wir gucken mal, wie wir uns jetzt in Richtung 10.000 Euro brummkreiseln und steigen natürlich ein in die Öffentlichen und fahren zu ihrer ersten Station. Nach Adlershof, ganz weit raus, auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Fernsehfunks der DDR ist seit 1999 die SFB-Wetterstation. Wie nennt der Berliner einen kurzen und heftigen Regenschauer? Lusche, Fusche, Tusche oder Husche? Na gut, das ist die Husche, die Nummer vier. Stimmt. So nennt der Berliner einen kurzen Platzregen. Weiter geht's. Zweite Station bitte. Am Rosa-Luxemburg-Platz angelangt, in der kleinen Alexanderstraße befindet sich die Bundesgeschäftsstelle der PDS. Wie heißt eine Berliner Bundestagsabgeordnete der PDS? Dr. Petra Wasser, Dr. Gisela Erde, Dr. Christa Luft oder Dr. Helga Feuer? Ja, das ist die Dr. Christa Luft, die Nummer drei. Eindeutig. Ja. Für Sie ganz klar. Da nehme ich das an. Petra Wasser kenne ich nicht. Petra Pau wäre ja gerne, aber Petra Wasser nicht. Also die drei. Die drei. Dr. Christa Luft. Bei den Wahlen im September 2002 kandidierte sie nicht mehr. Ja, zweite Frage richtig beantwortet. Das bedeutet für uns alle, weiter zur dritten Station. Klar. Am Wannsee. In Zehlendorf. Eine Villa am Sandwerder ist seit 1962 Sitz des literarischen Kolloquiums Berlin. Meine Frage dazu? Nach welchem russischen Dichter ist ein Theater in Mitte benannt? Leo Tolstoi, Anton Tschechow, Alexander Pushkin oder Maxim Gorky? Das ist das Haus, was direkt hinter der neuen Wache steht unter Linnen. Also ein bisschen versetzt ist das Maxim-Gorky-Theater. Die Nummer vier. Die vier. Ja. Versetzt? Na ja, so dahinter. 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 Gut. Angenommen. In der Schinkelschen Sing-Akademie untergebracht ist das kleinste Staatstheater, das Maxim-Gorky-Theater. 1952 wurde es nach ihm benannt, beziehungsweise nachdem hier die Sowjets ein Haus der Kultur eingerichtet hatten. Vierte Frage hätte ich ganz gerne, die kann ich aber nur an der vierten Station stellen und da fahren wir hin. Ja. Heinrich-Heinestraße in Mitte. Ganz in der Nähe befindet sich der Kölnische Park. Welche Tiere kann der Besucher des Kölnischen Parks in einem Zwinger beobachten? Braunbären, Luchse, Pandabären oder Dammhirsche? Die Dammhirsche wären bestimmt interessant, ist aber nicht so. Das ist nämlich gleich neben dem Märkischen Museum ist diese Braunbärengehege, wo die Wappentiere Berlins, also offiziell, dort sind die Opfer und da so eins, die Braunbären. Die Braunbären. Ja. Eindeutig. Eindeutig? Nehm ich an. Seit 1939 sind im Kölnischen Park die Bären los. Wissen Sie zufällig noch die Namen? Ach, einer hieß glaube ich Fiete oder irgendwie, da weiß ich nicht. Also ne, ist mir jetzt nicht so. Thilo, Maxi und Schnute. Schnute. In die Richtung. Thilo, Maxi und Schnute. Die Erstbewohner hießen Lotte, Urs, Jule und Vreni. Nur Lotte überlebte den Krieg. Und die jetzigen Bewohner, wie gesagt, Thilo, Maxi und Schnute. Da sind sie. Nachwuchs im Bärenzwinger Kölnischer Park. Im Winter 1994 kamen hier fünf neue Wappentiere auf die Welt. Die Mütter, Schnute und Maxi, natürlich stolz wie Bolle. Leider wehrte das Familienglück nicht lange. Der Zwinger ist zu klein. So fanden drei der Kleinen ein neues Zuhause in Zoo von Buenos Aires. Die anderen beiden leben jetzt in einem nordspanischen Naturpark. Nach dem Blick auf die Bären, ein Blick auf das Konto. Da steht Ihnen schon mal die BVG-Clubreise für zwei Personen zur Verfügung. Sie sind ja eine ganze Menge mit dem Fahrrad unterwegs, haben Sie mir erzählt. Freizelt? Ja, Freizelt so. Machen Sie? Umland oder eben. Mit der Familie? Wie bitte? Mit der Familie oder alleine? Eher so Radsportler? Nee, eher lieber mit der Familie. Bloß meine Frau ist immer so langsam. Ich bin immer vorne weg. Ich muss mich immer umdrehen. Wie bitte? Müssen Sie ihr ein schnelleres Fahrrad kaufen? Ja, das hat sie auch schon bemängelt. Wenn ich hier heute was gewinnen sollte, dann kriegt sie auch eins. Okay. Sie kriegen ein neues Fahrrad, Sie haben es gehört. Ja. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Die fünfte Station. Herr Zander, wir steigen aus am Seenefelder Platz. Rund um den Kollwitzplatz boomt die Gastro-Szene. In welchem Restaurant am Kollwitzplatz speiste Bill Clinton bei seinem Besuch im Juni 2000? In der Nudelburg, im Nudelhaus, im Gugelhof oder im Gugelhupf? Oje. Bill Clinton. Kann mich entsinnen an die Berichte. An die Berichte. Nudelburg und Nudelhaus schließe ich aus. Reimt sich so, ja. So. Gugelhupf. Also ich möchte auch jetzt noch nicht meine Joker nehmen. Das wäre ein bisschen früh, wenn man was reißen will. Nudelburg, Nudelhaus. Ich weiß, ob er mit Schröder zusammen da war. Oje. Oje. Na gut, es zocken vielleicht jetzt Quatsch. Vielleicht kommen nachher noch bessere Fragen. Was machen Sie denn? Ja. Naja. So hieß ich nicht. Eher zur Vier. Zum Gugelhupf. Aber das ist ja auch mehr so ein Gericht, was eigentlich nicht so nach Berlin gehört. Aber gut, da gibt es ja so viele Restaurants. Ah, dann. Na, da haben Sie mir jetzt eine Storchebraten hier. Oh je. Mh. Na dann. Es hilft nichts. Ich nehme doch, ich nehme jetzt vielleicht auch schon meine Joker. Was können uns denn die Joker verraten? Oder wer sind Ihre Joker? Das ist zuallererst. Da ist ganz links meine Frau Kathrin. In der Mitte mein Freund Frank. Und außen mein Freund Gerd. Hallo. Möchten Sie die Möglichkeiten noch mal hören oder? Nein, wir sind uns ziemlich sicher, dass da Gugelhupf ist, auch wenn es ungewöhnlich klingt. Gugelhupf. Ja. Also alle vier Gugelhupf. Dann schließe ich mich meinen Joker an und nehme die vier. Den Hupf. Den Gugelhupf. Genau. Letztes Wort. Ja. Gut. Dann nehme ich es an. Nudelburg und Nudelhaus. Klar, dass sie das ausgeschlossen haben. Es geht um ein elsässisches Restaurant. Ah, naja. Und der Gugelhupf ist ein elsässisches Gebäck. Dane habe ich aber nicht gefragt. Ich wollte Gugelhof von Ihnen hören. Er heißt Gugelhof. Bill Clinton kehrte überraschend dort ein, aß Sauerkraut und Gugelhupf, trank ein Bier und alles für rund 70 Mark damals. Gucken wir uns mal an. Wenn es ja handelt. Air Force One in Tegel. Bill Clinton kommt zum dritten Mal nach Berlin. Es herrscht Sicherheitsstufe 1. Clintons Terminplan ist eng. Trotzdem ein spontaner Ausflug in den Prenzlauer Berg. Abendessen mit Kanzler Schröder im Gugelhof. Das ist aber auch wirklich eine knifflige Frage gewesen. Da kann man allein so was man vom Hören sagen und da kommt man durcheinander. Herr Zander, die BVG-Clubreise für zwei Personen, die gehört Ihnen. Das ist ein tolles Wochenende. Ringsherum von Berlin. Oder Sie legen noch was drauf und machen eine schöne Farbe. Und natürlich das Berlin für's Buch. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitspiel, war klasse. Ja, wir steigen auch sofort wieder ein ins neue Spiel mit einer neuen Kandidatin oder einem neuen Kandidaten. Zwei sind noch da. Ich stelle die dritte Schätzfrage. Die Zeit läuft. Zehn Sekunden, wie immer. Frau Lompe, ganz in Ruhe. Wenn's steht, ist es in Ordnung. Frau Lompe, 245.000. 3.300.000 Herr Lagal. Es waren 245.700. Frau Lompe. Hallo, herzlich willkommen. Haben Sie einen Mann im Ohr? Nein, aber ich hab mir so ein paar statistische Angaben von einer Freundin meiner Tochter heraussuchen lassen aus dem Internet. Und da war das dabei. Achso, Sie haben ganz klassisch auswendig gelernt. Na, so ein bisschen versucht mir das einzuprägen, weil ja Reinickendorf auch der Bezirk ist, aus dem ich komme. Dann gucken wir mal, was Sie sich noch so eingeprägt haben und wo dann vielleicht die 10.000 Euro bald winken. Wir fahren gleich zu Ihrer allerersten Station. Landen im Wedding. In diesem Arbeiterbezirk wurde Drafi Deutscher 1946 geboren. Was bricht nicht in Drafi Deutschers Hit? Marmor, Stein, Eisen oder die Liebe? Was bricht nicht? Die Liebe. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Die Liebe. Angenommen. Der Superhit von 1965, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber die Liebe nicht. Richtig. Zum Zoologischen Garten. Von hier aus kommt man mit dem Expressbus X9 zum Flughafen Tegel. Wessen Namen trägt der Flughafen in Tegel? Franz-Josef Strauß, Marlene Dietrich, Otto Lilienthal oder John F. Kennedy? Otto Lilienthal. Nummer drei. Ja. Sie gucken noch? Nein. Sind Sie sicher? Gut, nehme ich an. Dabei wäre das so hübsch, Marlene Dietrich. Aber Otto Lilienthal, stimmt. 1988 erhielt der Flughafen den Namen des großen deutschen Flugpioniers. Frage zwei auch richtig beantwortet. Die dritte Warmmach-Frage kommt jetzt. Und steigen in Potsdam Babelsberg aus. Ist Ihnen nicht so recht? Naja, es ist ja schon außerhalb Berlins, aber mal sehen, was kommt. In den Studios um die Ecke wird einer der erfolgreichsten deutschen Soaps gedreht. Welcher Spitzenpolitiker hatte in der Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ein Gastspiel? Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, Willy Brandt oder Helmut Kohl? Welcher deutsche Spitzenpolitiker? Wen können Sie sich da vorstellen? Da könnte ich mir Gerhard Schröder vorstellen. Ja, Helmut Schmidt, das ist zu lange her, dass der Kanzler war. Helmut Kohl auch nicht, Willy Brandt ist auch zu lange. Ich bleib bei Gerhard Schröder. Und er hat ziemlich kleine Räume bei GZSZ. Ich kenn die Serien nur dem Namen nach, aber ich glaube mal was gehört zu haben, dass Gerhard Schröder da mitgewirkt hat. Ja. Ja? Ja. Nehm ich an. Damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen, also? Richtig, Gerhard Schröder. In der Jubiläumsfolge der 1500. im Juni 98 spielte er sich selbst. Und das Zeichen, haben Sie gehört, wir müssen aussteigen aus dieser Runde. Ja, Sendung ist vorbei, so schnell kann es gehen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Nächsten Sonntag natürlich, 20.15 Uhr, das Berlin Quiz. Sie sind mit dabei, Frau Lompe ist mit dabei, ein neues Publikum ist mit dabei und ich freue mich schon auf Sie alle. Bis dann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.